Köln, bis zur Expertise ist vielen Verkäufern bei Bares für Rares nicht klar, wie viel Objekt ihr Wert ist. So geht es auch einer Kandidatin, die eine große Überraschung erlebt. Annika Rasbach, 43, aus Schwerte hat ein Bild mit in die beliebte ZDF-Show gebracht, welches Moderator Horst Lichter, 62, direkt ins Auge sticht. Was für ein netter junger Mann, rauchen tut er auch noch, erklärt der frühere TV-Koch, als er die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walswerks bei Köln betritt. Denn das Gemälde, welches die medizinische Fachangestellte dabei hat, zeigt James Dean auf dem Rücken liegend mit einer Kippe im Mund. Es stammt vom 1948 in Wien geborenen Künstler Gottfried Hellenwein. Dieser habe mit seinen Darstellungen von verletzten und misshandelten Kindern immer wieder Empörung ausgelöst, wie Expertin Bianca Berding, 47, verrät. Doch die Kandidatin hat noch ein zweites Bild mitgebracht. Dieses ist ein Selbstporträt des Künstlers, welches durch die Musikband Skorpions Berühmtheit erlangen konnte. Denn es prangerte 1982 als Cover auf dem Albums Blackout. Überraschende Expertise für beide Bilder bei beiden Werken handelt es sich um Farblithografien, so die 47-jährige Expertin. Zudem seien beide limitiert erschienen und vom Künstler signiert. Die 43-Jährige, die die beiden Bilder für eine Freundin veräußern möchte, wünscht sich 1000 Euro für die Exemplare. Doch das bringt die Expertin nur zum Lachen. Denn sie taxiert alleine den DIN auf 1100 bis 1300 Euro. Zudem schätzt sie das andere Bild auf 400 bis 600 Euro. Somit sollen beide Gemälde 1500 bis 1900 Euro bringen. Und es kommt noch besser. Im Händlerraum stoßen die Kunstwerke auf großes Interesse und sorgen für ein Bietergefecht. Am Ende sichert sich David Suppes, 36, die beiden Bilder für satte 2300 Euro. Glücklicher kann ich nicht nach Hause fahren, strahlt Annika Rasbach hinterher.